Lady Gagas Hunde wurden entführt, jetzt bietet sie eine halbe Million US-Dollar Lösegeld Hundesitter wurde bei Überfall angeschossen Drama um die Haustiere von Sängerin Lady Gaga, 34 Die Hundesitter war beim Gassigehen mit ihren drei Hunde überfallen und angeschossen worden Die Täter konnten beim Überfall zwei ihrer französischen Bulldoggen entführen Lady Gaga ist deshalb bereit, 500 US-Dollar Lösegeld zu zahlen, um ihre Tiere zurückzubekommen Mehr Erfahrung, so geht es dem angeschossenen Hundesitter wie die US-Webzeit TMZ berichtet Wurde Lady Gagas Hundesitter nach dem Angriff in ein Krankenhaus Die Schussung in seiner Brust sei nicht lebensbedrohlich, dennoch hätte alles auch ganz anderes ausgehend Die französische Bulldogge Eja konnte weglaufen und später von der Polizei eingefangen werden Zum Zeitpunkt des Überfalls war Lady Gaga in Italien bei Vorbesprechungen für einen Film Sie will aber so schnell wie möglich zurück nach Amerika Um nach ihrem langjährigen Mitarbeiter zu sehen und bei ihrer Hündin Eja Warum Lady Gagas Angebot an die Täter keine gute Idee ist Wie TMZ erfuhr will Lady Gaga ihre Hunde unbedingt zurück und bietet 500 US-Dollar für die Rückgabe von Koji und Gustav Wie ihre Hunde heißen Doch auch wenn ihre Sorge groß ist und sie bereit wäre, eine halbe Million US-Dollar zu zahlen Könnte das für sie nach hinten los? Die Täter könnten gleich eine oder zwei Millionen fordern, sagt Society-Experte Chance Außerdem könnte das Nachahmer dazu animieren Ebenfalls die Haustiere von Promis Von den Tätern und den Hunden fehlt bis Mit der Zeitpunkt des Jahres Was ist wichtig für sie auf der Zeitpunkt des Jahres? Was ist wichtig für sie? Die Täter eurer 4 Sieg Was ist wichtig für sie? Das ist wichtig für sie nach Hause Sieg ein paar Jahre her Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020